Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Irgendwer spielt ein tödliches Spiel Alles begann mit einem furchtbaren Schrei Irgendwer hat einen Horrorfilm zu viel gesehen Irgendwer geht in seiner Liebe zur Perfektion Hallo? Hallo, Sidney Einen Schritt zu weit Magst du Horrorfilme? Es ist doch immer wieder dasselbe Ein dämlicher Killer lauert einem Mädchen mit prallen Titten auf, das immer die Treppe rauf statt zur Haustür rausläuft Idiotisch Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man in einem Horrorfilm überleben will Nummer 1 Kein Sex Ich bin's Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komm gleich wieder Denn dann kommst du nicht wieder Ich hole mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar Ich komm gleich wieder Er hat die Regeln nicht aufgestellt Die Bullen kapieren das nicht, einmal Promlight ansehen, das würde Zeit sparen Aber sie bestimmen sein Töten Geh nicht ans Telefon Geh nicht an die Tür Versuch nicht, dich zu verstecken Jeder kommt, dann zählt eine Frage Haben sie Angst? Scream 7 Amen.